Sie hören Die Vollkommenen von Anna-Lena Diehl Gelesen von Max Hoffmann, Martin Cooper, Sabrina Scherer und Lucy Leopold Produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin Kapitel 1 Feline Dienstag, 31. März Feline starrte auf ihre zitternden Fäuste hinab. Ihr Rücken schmerzte vom langen Sitzen, dennoch fand sie nicht die Kraft, aufzustehen. Das alles war so unfair. Sie wagte nicht, den Kopf zu heben und in die Richtung des Krankenbettes zu schauen. Aber wenn sie sich konzentrierte, konnte sie den Atem ihrer Mutter hören. Frau Dupont? Eine Hand legte sich auf Felines Schulter. Sie zuckte zusammen und Unwille stieg in ihrer Kehle auf. Bloß keine weiteren inhaltslosen Beileidsplattitüden. Wenn auch diese Krankenschwester ihr versicherte, wie leid ihr das alles täte, würde Feline ihr eine scheuern. Frau Dupont? Die Stimme war nun drängender. Die Hand auf ihrer Schulter schüttelte sie leicht. Frau Dupont, ich bedauere, aber die Besuchszeit ist vorbei. Sie müssen jetzt gehen. Felines Magen ballte sich zusammen. Man konnte sie doch unmöglich wegschicken. Nicht so lange ihre Mutter zwischen Leben und Tod schwebte. Mit einer halben Drehung ihres Oberkörpers entkam Feline der rüttelnden Hand. Frau Dupont, ihre Mutter wird rund um die Uhr überwacht und ihr Zustand ist stabil. Sie hingegen müssen Kraft schöpfen. Gehen Sie nach Hause. Essen Sie etwas. Schlafen Sie. Wütend ballte Feline die Hände. Sie können doch nicht. Fili. Die Stimme ihrer Schwester war kaum zu hören. Leti hatte die ganze Zeit so still da gesessen, dass Feline ihre Anwesenheit vergessen hatte. Nun überkam sie das schlechte Gewissen. Es kostete sie unendlich Kraft, den Kopf zu heben. Sie vermiet es krampfhaft, zu der reglosen Gestalt im Krankenbett und zu den Schläuchen und Monitoren zu schauen. Der Schreck durchfuhr sie, als sie in Letis blasses Gesicht und die traurigen Augen blickte. Sie sah so jung aus. Nicht wie 16, sondern eher wie 11 oder vielleicht 12. Wie damals in der 6. Klasse, als sie nachts weinend zu Feline ins Bett gekrochen war, weil ihre Mitschüler sie unaufhörlich wegen ihrer großen Nase gehänselt hatten. Ein dicker Kloß bildete sich in Felines Hals. Trotzdem zwang sie sich zu einem Lächeln. Es fühlte sich an wie eine Grimasse. Letis Mundwinkel zuckten leicht nach oben, sie sah allerdings genauso verloren aus wie zuvor. Ihr Anblick versetzte Feline einen Stich. Sie durfte sich nicht in ihren eigenen Ängsten verlieren. Sie musste für Leti da sein. Wie sie es schon immer gewesen war. Doch jetzt ging es um mehr, als um das Schmieren von Pausenbroten oder Hausaufgabenhilfe. Feline erhob sich und streckte die Hand nach ihrer Schwester aus. Komm. Leti wandte den Kopf Richtung Bett. Und wenn sie aufwacht, dann werden wir da sein. Auf ihren Zügen lag ein unechtes, automatisiertes Lächeln, das Feline seit ihrem Eintreffen heute Mittag dutzendfach gesehen hatte. Sie musste alle Willenskraft aufbringen, um dieser dämlichen Kuh nicht ihr hohles Grinsen aus dem Gesicht zu schlagen. Stattdessen ging sie zu Leti und ergriff ihre Hand. Wir sollten wirklich etwas essen. Leti ließ sich willenlos auf die Füße ziehen und wandte sich dem Bett zu. Bis morgen, Mama. Hab dich lieb. Mit angehaltenem Atem drehte sich Feline nun doch zu der reglosen Gestalt um. Sie sah nicht mehr aus wie ihre Mutter. Nicht wirklich. Zunächst hatte Feline den Eindruck, in ein fremdes Gesicht zu schauen. Erst nach langem Suchen entdeckte sie die vertrauten Züge. Die Frau im Bett wirkte eher wie eine Wachsfigur, die jemand nach dem Vorbild ihrer Mutter erschaffen hatte. Ihr fehlte das Lebendige. Die Energie. Ihre Mutter war keine Schönheit, dafür war ihr Kind zu kantig und die Augen standen zu eng beieinander. Aber sie besaß ein Lächeln, das selbst dann noch alles überstrahlen konnte, wenn ihr Blick von Sorgen umwölkt war. Zwar hob und senkte sich noch die Brust dieser Frau, dennoch hatte Feline den Eindruck, es handelte sich um eine leere Hülle. Wir passen auf ihre Mutter auf. Die Stimme der Pflegerin drang wie das Sirrin einer Stechmücke in Felines Gedanken. Feline löste sich vom Anblick ihrer Mutter. Komm, raunte sie, ihre Hand fest um die ihrer Schwester geschlossen. Sie hielt ihre freie Faust zwar unten, rempelte die Pflegerin jedoch im Vorbeieilen an. Entschuldigung, brachte sie zwischen zusammengepressten Zähnen hervor. Dann zog sie Leti weiter, ohne zurückzuschauen. Hin zu den Fahrstühlen, wo sie auf die Knöpfe hämmerte, die Türen jedoch geschlossen blieben. Ein Blick auf die Anzeige ließ erkennen, dass sich die Kabinen im Erdgeschoss oder ganz oben befanden. Feline wirbelte herum und riss die schwere Tür zum Treppenhaus auf. Ihre Schritte heilten von den schmucklosen Wänden wieder, während sie ein Stockwerk nach dem anderen hinabflüchteten. Als sie schließlich die Haupthalle betraten, schwitzte Feline und sie hörte Letis keuchenden Atem. Ihre Schwester beschwerte sich jedoch nicht, sondern stolperte ihr einfach hinterher. Draußen auf dem Parkplatz warteten mehrere Public Cars. Normalerweise verzichtete Feline auf deren Nutzung, um Geld zu sparen, aber in diesem Zustand würde sie sich garantiert nicht in einen der überfüllten Busse setzen. Sie ging auf eines der autonomen Fahrzeuge zu und hielt ihre linke Hand vor den Scanner der Autotür. Ein grünes Lämpchen leuchtete auf und zeigte an, dass das Auto den ID-Chip in ihrem Gewebe ausgelesen hatte. Feline riss die Tür auf und ließ Letis erste einsteigen, bevor sie selbst auf den Sitz fiel. Das Radio schaltete sich ein und ein aktueller Popsong erklang. »Fahrziel?«, fragte die sanfte Stimme des Fahrzeuges. »Nach Hause«, zischte Feline. Auf der Frontscheibe erschien die Karte vom Kiel. Feline bestätigte die Auswahl mit einem gefauchten »Ja«. Nahezu geräuschlos setzte sich der Wagen in Bewegung und ließ das Gebäude mit all den kranken Menschen hinter sich. Felines Brust wurde eng. Sie hatte den Eindruck, kaum Luft zu bekommen. »Scheiße«, ihre geballte Faust hämmerte gegen die Seitentür. Ein befriedigender Knall erklang, sodass Feline gleich nochmal dagegen schlug und dann noch einmal und noch einmal. Ihre Augen brannten. Ärgerlich wischte sie sich darüber. Als sie zu Leti blickte, sah sie, dass deren Wangen feucht glänzten. Feline biss sich auf die Unterlippe, schloss die Lider und atmete mehrmals tief durch. Dann ergriff sie die Hand ihrer Schwester, beugte sich vor und hauchte einen Kuss darauf. »Alles wird gut.« »Mama wird«, Leti verstummte und wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht. »Sie wird nicht mehr nach Hause kommen, oder?« »Doch, doch das wird sie.« »Ganz bestimmt.« Leti sah sie mit tränenassen Augen an. »Du lügst.« Es lag kein Vorwurf in ihrer Stimme, nur eine Feststellung. Darauf wusste Feline nichts zu erwidern. Einen Moment lang erfüllte nur die Musik aus dem Radio das Innere des Fahrzeuges. Leti richtete sich auf. »Es ist so ungerecht.« Feline zuckte zusammen, als sie ihre eigenen Gedanken aus dem Mund ihrer Schwester hörte. »Natürlich ist das nicht fair.« Feline wandte sich ab. Ihr Vater kam ihr in den Sinn, woraufhin der Gröll in ihrem Magen umso stärker wurde. »So ist die Welt nun mal. Sie war immer für uns da,« murmelte Leti. »Immer.« »Und nun soll sie...« »Denk nicht einmal dran!« Feline schaute ihre Schwester einbringlich an, während sie spürte, wie sich die Hilflosigkeit in ihrer Brust zusammenballte. Sie sah vor sich, wie ihre Mutter nach Hause kam. Erschöpft von einem langen Arbeitstag, an dem sie meistens nicht nur einem, sondern gleich zwei Jobs nachgegangen war. Und doch hatte sie Feline und Leti stets lächelnd in die Arme geschlossen und mit sanftem Tadel in der Stimme gefragt, wieso sie noch nicht im Bett seien. Als Feline einen kleinen Job im Altersheim ergattert hatte, um mit dem zusätzlichen Verdienst ihre Mutter zu entlasten, hatte diese ihr Kopf schüttelnd über die Haare gestrichen und gemeint, dass Feline keinesfalls arbeiten, sondern sich auf die Schule konzentrieren sollte. »Bildung ist alles,« hatte sie gesagt. »Ohne den richtigen Schulabschluss werden euch sämtliche Türen verschlossen bleiben.« Feline umschloss die Hand ihrer Schwester fester und spürte, wie diese den Druck erwiderte. Schweigend verharrten sie, während die Musik im Radio durch die Stimme eines Nachrichtensprechers ersetzt wurde. Feline hörte kaum hin. In Gedanken war sie bei ihrer Mutter und der ihr widerfahrenden Ungerechtigkeit. Vor allem stand jedoch die drängende Frage im Raum, was sie nun unternehmen sollten. »Am vergangenen Samstag begann die Genetikwoche in Hannover,« berichtete die Nachrichtensprecherin und ließ Feline aufhorchen. Aussteller und Experten gehen der Frage nach, mit welchen Maßnahmen es geht mehr denn je um die internationale Zusammenarbeit und das vereinbarte Ziel, den perfekten Menschen zu erschaffen, um so gemeinsam einer strahlenden Zukunft entgegenzuschreiten. Feline presste die Kiefer aufeinander, um jene Schimpftiraden zurückzuhalten, die ihr auf der Zunge lagen. »Gemeinsam,« dachte sie, »dass ich nicht lache.« Im Radio wurde nun ein Ausschnitt aus der Rede der Bundeskanzlerin eingespielt, die von einer Intensivierung der Kooperation der EU-Länder mit China und den USA sprach und zudem betonte, welchen Beitrag jeder einzelne Bürger leisten konnte, um die von allen so ersehnte Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen. Anschließend wechselten die Nachrichten zu anderen Themen, wie der aktuellen Inflationsrate und der baldigen Rückkehr des Schulschiffes Gorch Fogg nach Kiel. Währenddessen fuhr ihr Fahrzeug erst den Kronshagener Weg und dann den Skandinaviendam entlang und hielt kurz darauf vor ihrem Wohnblock. Ein Geldbetrag erschien auf der Frontscheibe. Im nächsten Moment kündigte ein grüner Punkt an, dass die Summe... ... ... ... ...